Wer von euch lieben Menschen hätte schon killen, den DJ? Wenn wir unseren DJ killen, dann hört ihr von uns nichts mehr. Wäre nicht so gut. Aber ich würde sagen, Frankfurt, lasst uns die Hütte noch mal ein bisschen abreißen! Alle Hände hoch, Frankfurt! Wäre nicht aufco 라고, ich würde sagen, was ich sehen, dass wir das sowas wie H basesой werfen! Das war's. 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 Das war's.